so aber wir beenden das doch jetzt nicht oder das spiel geht noch ein bisschen vielleicht nicht mehr allzu lang weil wir jetzt story für story machen aber es geht noch ein bisschen ich denke mal nicht dass wir da jetzt so was wir könnten es vielleicht heute schaffen ich bin mir nicht sicher weiß ja nicht wie lange es geht zwei stunden hätten wir noch aber die wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering weil wir haben ja noch dieses kk bericht nicht gefunden und das sollte im nächsten kapitel zu finden sein außerdem fehlen ja noch ein paar so nach dem ende 3 haben wir erledigt let's go wir erleben jetzt was story technisches wahrscheinlich was so 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 wäre cool wenn wir es jetzt in dieser szene auch fahren könnten so als mini spiel so 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 Na, vielleicht kommt doch jetzt das letzte. Tokio Tower. Ja, wir sind so gut wie am Ende. Ah, ich zieh mir was anderes an. Dieses Biker Outfit gefällt mir, aber wir bleiben lieber normal. Oh my. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh. Ach komm. Ach ist das dein Ernst? Ah, wo schieß ich denn hin? Alter, ich bin echt schlecht gerade. Na komm schon. Noch einen Kern hast du nicht? Also. Alter, was für ein ekelhaftes Ding. Oh, ich bin echt. Oh, ich bin echt. Oh, ich bin echt. Oh, ich bin echt. Aber ich werde es wieder. Oh, ich bin echt. Ich werde ihn nicht verletzen. Ich werde ihn nicht verletzen. Ich werde ihn nicht verletzen. Ein riesiger Besucher, der durch die Seelenenergie von Okina und anderen Menschen in der Nähe geformt wurde. Das Resultat der Verderbnis, die durch Krankheit entsteht. Seine spirituelle Energie ist enorm und sein gewaltiger Körper besonders zäh für einen Besucher. Da drin ist es, der Bericht der Letzte. Wenn du in die Nähe gehst, wird er nicht wieder zurückgebracht. Ich werde die Bereiche bereitstellen. Und wie viel gewährt er mir? 20. Dann habe ich 30. Ich kann nicht alle Punkte maximieren. Ich brauche noch 40. Aber unsere Synergie-Stufe ist schon auf dem Max. Wie bekommen wir die letzten 40 denn her? Gibt es noch zwei KK-Berichte, die ich noch nicht gesehen habe? Wahrscheinlich, ne? Kann man sogar eine Schnellreise hin machen. Wieso ist hier noch eine KK-Aufzeichnung? Die gilt nicht hierzu. Und da ist auch noch eine KK-Aufzeichnung. Die will ich noch sammeln. Zwei KKs müssten noch... Die will ich noch sammeln. Also fehlen mir doch noch zwei. Ich dachte, das gehörte nämlich hier. Ja. 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 Ich dachte mir das wieder schön. Ja. 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 Das muss das nicht noch mal geben. Ja. Ja. Ich muss da so irgendwie rauf. 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 Ich seh's. Ich muss da so irgendwie rauf. So, dann geht's weiter. Ja, auch wenn's Finale. Also ich denke mal, dass das jetzt Finale ist, ne? Auf die Verteidigung. Ich muss da so irgendwie rauf. Danach gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit fortzufahren? Ich muss sagen, ein ziemlich kurzes Spiel, aber es ist auch nicht jedes Open World Spiel muss groß sein, oder? Zum Snowboard sein. Ich will so gerne mal wieder ein weiteres neuen Yakuza-Teil spielen. Ich muss da so irgendwie rauf. Ich muss da so irgendwie rauf. Ich muss da so irgendwie rauf. Ich muss da so richtig rauf. Also, wenn ich nix machen werde, kannst du rauf. Wie ist das? Ich kann das so Hallo machen. Ich kann das so einfach rauf. Herr, ich kann das jetzt rauf. Bist du rauf. Akito, mach jetzt keinen Scheiß. Er war schon ein genialer Ort für einen finalen Kampf, der Tokio Tower. Okay. Aber dass hier drin keine Gegner sind, sondern wirklich nur noch der finale Kampf wahrscheinlich. Das ist es, dass du eigentliche das Gesicht hast. Die Verpflichtung ist自由. Das ist nicht wahr. Aber... Ich bin der Angst, dass du einen Menschen in einem Geist verletzt. Die richtige Reise wird immer noch niemals verletzt. Aber... Du kannst sofort verstehen. Ich bin der Fall, was ich nicht so gut verletzt. Die Tiere sind wie unverteilt. Marie! Die Geist sind die Geist. Die Geist sind die Geist. Die Geist werden alles verletzt, und die Geist des Geist und der Geist des Geist. Die Frau ist der letzte Weg. Das ist eine sehr wertvolle Rolle. Das ist nicht so! Wenn man die Welt verliert, wird der Welt einfluss. Ich werde hier eine lustige Schreie machen. Meine Frau und meine Frau... ... wird immer noch erreicher sein. Was ist das Schreie? Ja, ich habe mir gedacht. Ich werde auch diese Schreie machen. Das war's für heute. Ich habe keine Ahnung, was ich? Das ist ein夢, oder? Du hast es sofort verstanden? Meine Mutter, Sie sind in dieser Körper zurückgekehrt? Das ist... Unter dieser Frau der Brüder ist, wie wird es sein? Wenn man sich in den Körper befindet, wird es nur die Gefühle erhöht. Das ist ... Hey! Ich werde ihn nicht verletzen! Wenn man ihn nicht verletzen, wird der Welt endet! Achito, bitte! Die Zeit ist völlig verletzend. Die Welt wird hier verletzend. Das ist die neue Zeit! Der hat sich fressen lassen. Was passiert hier? Na guck mal, einer lebt noch. Der hat sich fressen lassen. Ich werde ihn verletzen. Ich werde ihn verletzen. Akito! Du bist in Ordnung! Ich werde ihn verletzen. Wie weiß ich, deine Frau? Ich habe ihn verletzen. Ich habe ihn verletzen. Ich weiß nicht, dass ich die Antwort auf den Antworten habe. Was weiß ich mit dir? Ich weiß nicht. 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 Keke. Ich will nicht. Was machen Sie? Ich weiß nicht. Ich will. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Na geht doch. Oh nein, ein Uni. Oder... Ja, stimmt. Na, was du? Ich weiß nicht. Oh... Das ist ein Geruch. Ich bin der Sorge. Verrugt. Ah, du kazall das. Ich will das nicht. Ich will, dass du nicht noch... Es geht nicht. Es geht nicht. Ich mach mich noch. Ich mach mich. Ich bin ein Schmarrer. Aber nicht! Das war's für mich. Oh. Ah, schau mal. Das heißt, ich werde es nicht verletzen. Komm her! Nein, 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 nein! Sieht mir die Zeros, blithe! Ah, dann. Come in. Ernsthaft? Das war's? Geil. Erledigt. Das ist immerhin sein Körper, ne? Jener da gerade erlöst. Das war's für mich. Ich werde dir, dass du mir einen Geist geben kannst. Geil. Geil. Die Welt ist noch der Weg. Geil. Geil. Weeeeee Spider-Man